Einen wunderschönen guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Ich freue mich heute mal wieder, euch so eine richtig gemütliche alte Vintage-Veranstaltung anzubieten, exklusiv für unsere älteren Semester, für all die Leute, die nicht zu den Millennials oder den noch jüngeren gehören, für alle die, die schon ein paar Jahre auf dem Buckel vielleicht graue Schläfen haben, bei denen es schon ein bisschen mehr hängt als, naja, steht. Für alle die, die ein bisschen schrumpelig sind, ihr wisst, was ich meine. Ja, ich habe für Menschen, die noch Filme kennen, vor denen Ansager saßen und erzählt haben, was als nächstes kommt und für Menschen, die sich unter Monty Pythons Flying Circus noch was vorstellen können. Für Leute, die Woodstock nicht vom Hörensagen kennen, sondern irgendwo noch in der Nähe davon zumindest geboren wurden. Ja, für Leute, die unter die Ärzte nicht ein Corona-Kommando verstehen, sondern richtig die geilste Band aller Zeiten, jedenfalls selbst genannt. Für solche Leute, für Leute, die wissen, warum Lemmy, Lemmy heißt. Für Leute, die wissen, dass Ozzy Osbourne the fucking Prince of Darkness ist. Für solche Leute, die ihn noch kennen, bevor er eine Sitcom hatte. Für solche Leute habe ich was richtig Geiles. Eine schöne alte Vintage-Queen. Ja, so müssen Sachen aussehen, die gelebt haben. Das ist wie bei uns Menschen. Ja, da hängt es ein bisschen, ja, alles ist ein bisschen floppy und schrumpelig. Es hat Macken und Kanten. Das wahre Leben strahlt einem aus so einem Päckchen empor. Hervor, besser gesagt. Soll man diese Vintage-Lady dafür weniger gern haben? Soll man sie nicht lieben, weil sie nicht ganz perfekt ist? Weil keine Plastikfolie drumherum ist? Weil sie nicht in einem Schrank stand und gehegt und gepflegt wurde? Nein, im Gegenteil. Der wahre Liebhaber will die Sachen so haben. Zumindest außenrum. Zum Zocken müssen sie vielleicht schon noch ein bisschen halten. Aber die Packung darf ruhig so aussehen, oder? Ja, so ist es. Und das ist dieser Kanal hier auch. Das macht diesen Kanal aus. Wird von einem alten Mann, der schon selber seine Macken hat, vorgetragen. Er zeigt alte Sachen, die selber ihre Macken haben. Und vielleicht ist auch der ein oder andere Zuschauer dabei, der die ein oder andere Macke aufweist. Da kann man übertragen sagen, ganz klar im Kopf ist man ja nicht, wenn man sich solche Sachen reinzieht. Insofern, auch diese Macken sind hier sehr willkommen. Wir schauen uns heute ein wunderschönes altes Deck an. Ein wunderschönes Deck. Und auch das wieder gleich als Vorwarnung für alle Hektiker, für alle Menschen, die keine drei Minuten Zeit haben, um sich einen Clip anzuschauen. Für alle Leute, die permanent alles vorscrollen müssen. Für alle Leute, denen die Dinge nicht nice, schnell, smooth genug sind. Und hier dauern die Dinge nun mal. Ich habe es ja schon mal erzählt. Das Vorspiel ist wichtig. Man zieht sich langsam aus. Man freut sich auf das Ausgezogensein. Die Vorfreude ist größer als die Sache selber. So muss man genießen. Das ist genau wie mit einem Flaschen aufmachen. Schon das Aufmachen und Eingießen ist ein Effekt. Wir wollen dieser wunderbaren älteren Dame heute die ganze Liebe einer erfahrenen Hand zukommen lassen. Wir wollen sie mit ganz viel, viel Zuneigung behandeln, streicheln. Ja, wir wollen sie genießen. Denn sie ist immerhin schon, schaut es euch an. Ja, muss sie ein bisschen drücken, damit sie gerade aussieht. Sie ist immerhin schon, ja, fast 25 Jahre alt. 24, um genau zu sein. Dieses Deck ist aus dem Jahr 1997. Ach, was für ein Jahrzehnt. Und es war eines der Besten, die die Menschheit je hatte. Glaubt es mir. Und es gab ein Turnier in Seattle im August 1997. Und eine Person wurde dort Weltmeister. Wenn ich mich recht entsinne. Und diese Person hieß Jakob Schlemmer. Oder Slemmer, oder wie man es auch ausspricht. Ich denke Schlemmer. Er war World Champion auf diesem Turnier. Und sein Deck features a horde of fast black creatures. Strengthening the speed kill. A variety of spells from all five colors. Master the deck that ruled the worlds. Ich freue mich so wahnsinnig darauf, dass ich dieses Deck euch heute zeigen kann. Das ist ein legendäres Deck. Ein Deck, das gegen ziemlich geile andere Decks auch gewonnen hat. Gegen das Deck von Janosch Kühn, das ich euch schon gezeigt habe. Hier kommt der Link. Auch gegen das wunderschöne, monogrüne, ausnahmsweise mal grüne Weenie Deck. Das extrem schnell und aggressiv war von Sven Gerzen, das ich auch liebe, das ich euch hier verlinke. Und somit fehlt nur noch ein einziges Deck aus der 97er Weltmeisterschaft, um das Turnier nachspielen zu können. Und ausgerechnet, dass das fehlt, ist ziemlich teuer und ich bezweifle, dass ich es je bekommen will. Aber immerhin, ich habe drei Decks. Das kann man schon mal turnierartig schön spielen und mit ein paar Freunden zusammen. Ich freue mich besonders deswegen, weil ich den guten Jakob vor kurzem kennenlernen durfte. Persönlich. Denn es ist eine dieser Geschichten, die kann man eigentlich gar nicht glauben. Das ist so verrückt. Ich habe ein altes Display auf Cardmarket eingestellt. Ich habe es schon mal erzählt und nicht geglaubt, dass es verkauft wird. Es war ein Invasion-Display, Booster, Englisch. Und es dauerte keine vier Tage. Da hieß es plötzlich, das Ding ist verkauft. Und als ich dann die Adresse gesucht habe, um die aufschreiben zu können, um den Versand zu regeln, stand dort, ja, ihr werdet es nicht glauben, Jakob Schlemmer. Der Weltmeister von 1997, der mein Invasion-Display gekauft hat. Und ich habe natürlich gleich angeschrieben und gesagt, das ist ja Wahnsinn. Ich freue mich, es ehrt mich, es macht mich glücklich, dieses Display in deine Hände zu geben. Entschuldigung, es war kein Booster-Display. Es war, ich muss mich korrigieren, ein Turnierpackungs-Display, Tournament-Packs. Und ja, er sagte ganz seinerseits, er freut sich drauf, er hat aufgehört mit Magic vor vielen Jahren. Er hat auch diese Sachen nicht mehr, nichts von damals hat er, weder die noch die Original-Decks, alles davon weg. Und dann habe ich ihn gefragt, was er eigentlich in der Zwischenzeit gemacht hat. Er hat Bridge gespielt und damit kann man wohl auch sehr erfolgreich international konkurrenzfähig spielen. Und jetzt will er mit seinen Jungs ein bisschen draften und wieder so ein bisschen die Zeit von damals nach erleben. Und deswegen hat er das Display gekauft. Und ich habe ihn gebeten, mir doch bitte ein signiertes Bild zu schicken. Oder zumindest ein Foto mit ihm und dem Display. Und das hat er mir sogar zugeschickt. Aber das will ich als private Sache hier behalten und nicht groß rumschicken. Weil ich weiß nicht, ob ihm das recht wäre. Für mich persönlich, ich habe es ausgedruckt und steht in meiner Sammlung. Es ist total lustig. Also, Jakob Schlemmer, der hat von mir das Display gekauft. Und ich darf heute dieses Deck in Händen halten, das er gebaut hat, um damit die Weltmeisterschaft 1997 aufzumischen. Und da die Karten in diesem Pack drin waren, da fehlen ja sogar die Laschen. Ja, habe ich etwas getan, damit ich es auch spielen kann. Ich habe das Ganze nämlich ein kleines bisschen modernisiert. Und zwar in dieses Pack gepackt. So sehen die bei mir aus, die Dinger. Ich habe mittlerweile 14 Stück. Alle werde ich nicht kriegen. Es gibt mittlerweile Decks, etwa das von Kaibuda, die kosten 500 und mehr Euro. Auch andere Decks sind extrem teuer geworden, was mit den Karten zu tun hat, die da drin sind. Leider gibt es auch mittlerweile auch einen Spekulationsmarkt für die goldrandigen Karten, weil vielen aufgefallen ist, dass die nicht goldrandigen Originale unbezahlbar geworden sind. Und deswegen kaufen die Leute jetzt die goldrandigen Karten, weil man die ja zum Teil in einigen Formaten spielen darf. Insofern werden die attraktiver. Ich sammle die ganzen Decks, weil ich die zocken will mit meinen Freunden. Da gibt es einige, auf die freue ich mich schon sehr. Also eingepackt habe ich sie. Und ihr wisst ja auch, ich packe die entweder in goldene oder in diese beige Sleeves, weil ich finde, die harmonieren wunderschön mit dem Deck. Das sind so weihevolle Momente. Es gibt ja für mich fast nichts Schöneres, außer alten Packungen aufreißen und alte Booster entkleiden. Gibt es für mich fast nichts Schöneres, als die alten Sammelboxen aufmachen und diese alten Decks. Das sind die eigentlich geilen Sachen für mich persönlich. Ich weiß, es gibt Kanäle, da ist das eine vollkommen uninteressante Vorstellung, sich sowas anzuschauen. Aber für mich ist das absolut eine Zeitreise in meine Jugend. Und ich habe es euch ja schon oft erzählt, ich habe so um 94, Ende 94, 95 angefangen zu spielen. Ich hatte als junger Spieler auch Beta-Karten in der Hand und besessen, allerdings nur ganz wenige Unlimited. Und so Revised war dann das erste Set, dass man richtig viel hatte. Dann halt vierte Edition, vor allem die deutschsprachige Revised und dann natürlich alle Erweiterungen. Und dann habe ich irgendwann um Exodus herum aufgehört. Aber diese Zeit, das war tatsächlich die Zeit, in der ich viel gespielt habe. Aber das heißt, ich kenne die Karten und die Sets aus dieser Zeit und ich erinnere mich an den Hype. Und ich hatte solche Karten auch goldrandig in meinen Decks, denn bei uns war das damals schon erlaubt. Ich habe sehr viele solcher Sammlerprodukte in letzter Zeit gezeigt und aufgemacht. Wenn ihr Lust habt, schaut es euch mal an in meinem Vintage-Blog. Unter anderem jetzt zuletzt die Box Garfield vs. Finkel. Die kann ich euch auch mal hier zeigen. Und es kommt sehr bald auch die Beatdown-Box und andere großartige Sachen. Aber jetzt sind wir noch bei WCD-Decks und wir sind immer noch mitten in den 90ern. Und die Jungs haben letztens geschrieben, kannst du mal was anderes als Ice Age machen? Okay, ich kann. Mach ich. Alles klar. Ich liebe halt Ice Age. Aber versprochen, es kommen noch viele andere Dinge. Hier hat ein bisschen was gefehlt bei diesem Deck. Unter anderem leider, das muss ich dazu sagen, diese Decklist, die habe ich mir also mit meinem Drucker selber ausgedruckt und vor eine Ebene geschoben. Einfach nur, damit man nochmal einen Überblick hat. Aber alles andere ist vollständig. Also, Jakob Schlemmer, der Weltmeister, war ein damals 22 Jahre alter Computeranalyst aus Prag. Da lebt er übrigens heute noch in der Tschechischen Republik. Und er war nicht wirklich glücklich mit seiner 3 zu 4 Performance M-Standard damals. Da haben wir natürlich auch Decks gesehen, die deutlich stärker waren. 6 zu 1 Siege und so Geschichten gemacht haben. Aber es kam, er kam durch oder er brach durch in der Elimination Round. Da war es dann entscheidend. Da hat er die Siegel eingefahren und es war am Ende ein schwarzes Winiedeck. Das habe ich mir genau angeschaut. Das stimmt tatsächlich. Es ist fast ausschließlich schwarzes Winiedeck. Aber es hat die Möglichkeit, alle 5 Farben sozusagen reinzuspritzen. Ein kleines bisschen sozusagen über alten Finger reinzustecken, weil es, das ist sehr, sehr cool, sehr viele Länder hat, die Mehrfarbigkeit erlauben. Und es sind Kreaturen drin enthalten, die viele Effekte haben. Darunter unter Manowars, Visions, den ich sehr liebe. Den ich auch selbst in meinen Bounce-Decks noch gespielt habe. Bis vor kurzem auch gerepuliert wurde ein paar Mal. Octavio Rangetang und den Necratal, der natürlich eine legendäre Kreatur ist. Und entsprechend seht ihr aus dieser Zeit alles, was Rang und Namen hat. Ihr seht Sümpfe aus der 5. Edition. Eine Menge Länder, die mehrere Farben erlauben. Darunter die City of Breath, die natürlich aus Arabian Nights im Original ist. Aber hier aus der 5. Edition die Gamestone Mine aus Weatherlight. Surferous Springs, ursprünglich aus Ice Age, hier ist 5. Edition. Genauso der Underground River. Und das Undiscovered Paradise aus Visions. Das sind alles Länder, die dem Deck ermöglichen, über die schwarze Weenie-Logik hinaus bestimmte Farben einzubauen. Ziemlich genial konstruiert. Und dann finden wir hier das Who is Who, dieser genialen Mirage-Zeit. Nämlich den Mirage-Karten Shadowguild Mage, Shocking Sands und Ebony Charm, Forsaken Wastes. Das ist eine tolle Rare, die ich auch, glaube ich, hier schon mal in der Sammlung gefunden habe, gekauft habe. Und darüber hinaus Karten aus dem selben Block. Nämlich aus Visions und Weatherlight. Darunter eben Necratal, wie ihr seht hier. Oder Manowar, tolle Karten. Und den Octavio Rangetang. Da Alliances noch nicht so weit her war und noch 96 erschienen in die Zeit passte, durften die hier auch reingenommen werden. Da finden wir die Dystopia, auch zuletzt gezeigt in dem Video, zum Alliances Preisentwicklung und das Exile. Beides, wenn ich es richtig sehe, Rares. Oh, Contagion haben wir auch hier drin. Super coole Karten. Und ich freue mich extrem drauf, mit euch jetzt dieses Deck anzuschauen. Und ihr seht, dieses Deck hat tatsächlich auch schon gelebt. Genauso wie natürlich die Außenverpackung. Und dieses Deck wurde gespielt. Es wurde ohne Folien gespielt. Aber damit wir es die nächsten 20 oder besser 24 Jahre auch weiterhin noch konsequent spielen können, habe ich es jetzt mal eingefohlt, damit wir Spaß damit haben. Oder gefohlt, besser gesagt. Und hier, die zwei, auf die möchte ich nochmal Gesundheit verweisen, diese beiden Freunde, erfreuen sich aneinander, wie man auf Lateinisch sagt. Ich würde sagen, Atergo. Und der Große hier vorne, der will sie wahrscheinlich bei ihrer, für die Öffentlichkeit nicht bestimmten Tätigkeit unterbrechen. Was ist so geil an dieser Karte, außer der Optik und dem legendären Bild? Eine 3-Mana-Karte für 2-2. Schon mal ein guter Preis. Summon-Ape. Und was macht der, wenn der ins Spiel kommt? Zerstöre. Ein Ziel-Artefakt. Das finde ich schon mal ziemlich geil. Ich liebe Karten, die solche Effekte haben. Ich habe es auch schon mal erzählt. Es ist eine Zeit, gerade im Mirage-Block und dann im Tempest-Block, wo die Kreaturen, die solche Effekte hatten, immer häufiger wurden. Und damit wurden die Kreaturen langsam stärker. Denn die erste Zeit von Magic war tatsächlich nicht die Zeit der starken Kreaturen. Das muss man immer wissen. Oldschool-Magic, 93, 94, 95, war kein Kreaturen-Magic. Egal, wie stark manche Kreaturen-Decks waren, in der Regel waren die ganz, ganz starken Decks andere Decks als Kreaturen-Decks. So, das waren die ersten beiden Karten. Dann haben wir jetzt, wie oft, zweimal hier drin Earthquake für ein rotes und X. Teilt X-Schadenspunkte auf jede Kreatur ohne Flugfähigkeit und jeden Spieler aus. Genau, von Richard Cain Ferguson, der sehr, sehr viele Karten auch in, zum Beispiel, ja, Fallen Empires hatte. Und dann haben wir Incinerate. Hier im Reprint, das Original, haben wir in Ice Age gesehen. Viermal drin für zwei Mana. Drei Schadenspunkte auf die Ziel-Kreatur der Spieler und die Kreaturen auf die Art und Weise beschädigt, können nicht regenerieren. Yes, I think toast is an appropriate description, sagt die Jaja, die gerne Leute toastet. Und dann haben wir den Mana Award, diese Karte, lieber ich. Ich habe die im Reprint mehrfach in meinem Bounce-Deck. Ich habe so ein richtig schönes blaues Bounce-Deck, das die Leute fürchterlich nervt, weil alles gebounced wird, was man so bouncen kann. Im Grunde hat das gar keine Win-Condition. Du kannst mit diesem Deck so gut wie nicht gewinnen, aber du bouncest permanent und ziehst das Spiel so lange in die Länge, bis irgendjemand sagt, der hat keinen Bock mehr. Steppt nicht ganz, weil du kannst ja mit dem Kreatur noch draufhauen. Drei Mana 2-2. Wenn dir ins Spiel kommt, kannst du jetzt die Kreatur auf die Hand zurückrufen. Das ist natürlich schon eine geile Karte. Ich liebe die. Wunderschöne Karte ist hier viermal drin. Und Contagion, das ist die Katze hier, die berühmte schwarze Katze für fünf Mana. Die bringt die Seuche ins Land und ihr seht, die Toten, die hier liegen, ist in der gegenwärtigen Zeit eine ziemlich schlimme Metapher oder schlimmes Bild aus Alliances. Du kannst einen Lebenspunkt zahlen und einen schwarzen Karte abwerfen. Dafür sparst du dir die Mana-Kosten, also sehr wie bei Force of Will. In dem Fall kannst du dann zwei Minus-2, Minus-1-Counter auf eine Art und Weise, die du entscheiden darfst, auf irgendeine Anzahl von Kreaturen legen. Das ist also insofern ein nettes Removal-Konzept. Dann haben wir die Choking Sands. Die haben wir, glaube ich, noch nicht so oft im Kanal gesehen. Das ist eine Karte, die ich allerdings auch komplett in der Mirage-Sammlung habe. Und ich habe auch versprochen, dass ich irgendwann mal ein Mirage-Set-Review mache, wenn ich mal ein bisschen weniger Decks rumstehen habe, die ich noch zeigen will und mehr Zeit habe. Im Augenblick ist das Corona-bedingt schwierig. Deswegen müssen wir mit den Set-Reviews ein bisschen warten. Drei Mana für eine Hexerei an der Stelle, mit der du ein Nicht-Swamp-Land zerstören kannst. Und wenn das Land ein Non-Basic-Land ist, dann kannst du noch zwei Schadenspunkte auf den Kontrolleur austeilen. Doch nett. Viermal drin. Und jetzt kommt eine ganz berühmte Karte, so die Signatur-Karte dieses Decks. Das ist eine sehr starke Karte, die für die Zeit schon ungewöhnlich stark war. Also später haben wir öfter solche Karten gehabt, die sowas konnten. Aber die ist besonders an der Stelle, weil sie aus einer Zeit kommt, wo das einfach nicht selbstverständlich war, dass Kreaturen sowas konnten. Necratal ist aus Wisions eine bärenstarke Karte für vier Mana, zwei, eins mit Erbsschlag. Und wenn der ins Spiel kommt, kannst du eine Ziel-Nicht-Artefakt-Nicht-Schwarze-Kreatur begraben. Also hast hier einen Terror drin. Eingebaut für vier Mana. Finde ich eine super Karte. Ist auch heute eigentlich noch eine ziemlich gute Karte, wenn du mich fragst. Ganz entscheidende Karte in dem Deck. Und der Necratok, der ist nur einmal hier drin. Für drei Mana, eins, zwei. Du kannst die oberste Karte in deinem Friedhof aus dem Spiel entfernen. Und jeden plus zwei, plus zwei bis zum Ende des Zuges geben. Das ist eine Karte, mit der man am Ende das Spiel auch gewinnen kann. Das heißt also, wenn du den im Spiel hast und du kannst den Gegner angreifen und er kommt durch, kannst du alle Karten aus deinem Friedhof entfernen, wenn das Spiel schon eine Weile gelaufen ist. Und dann ist das der tödliche Schlag, zum Beispiel. Der Knight of Strom, Galt, ist hier viermal drin für zwei Mana, zwei, eins. Der ist ursprünglich, wenn ich mich recht hinsinnere, in Ice Age gewesen, ein klassischer Ritter. Die schwarzen Ritter haben Schutz vor Weiß, die weißen Ritter haben Schutz vor Schwarz. Und du kannst sie in der Regel pumpen. An der Stelle kannst du ihnen Zusatzeffekte geben, nämlich mit dem schwarzen Mana Erschlag und mit zwei schwarzen Mana jeweils, plus eins, plus null. Auch eine schöne Karte. Stark. Du musst also permanent verhindern, dass die dich angreifen und sich pumpen können. Das ist auch schon ziemlich böse. Und der schwarze Ritter ist natürlich der klassische Reprint. Den gab es schon ganz früh in den ersten Sets für zwei Mana 2,2 Erschlag, Schutz vor Weiß. Klassiker. In einem superschönen Bild übrigens auch. Den finde ich ganz großartig. Und überhaupt die ganze Formensprache dieses Decks ist bärenstark. Super ausgewählt. Auch nicht so üblich, so mono-schwarze Decks in der Zeit zu sehen, die so kreaturenlastig sind. Fand ich klasse. Hat der Jakob Schlemmer toll gemacht. Vor allem Askarik kommt aus Visions. Da muss ich auch nochmal Set-Reviews machen. Da habe ich auch alles vollständig zu Hause rumliegen. Du kannst ihn als Knight beschwören. Der hat zwei Zweifel für zwei Mana mit Flanking. Das ist schon stark. Er kann allerdings nicht blocken. Das Bild erinnere ich mich auch. Die Kreatur hatte ich auch damals in meinem Deck drin. Flanking-Mechanik, die man heute vielleicht nicht mehr so kennt oder nicht mehr jeder kennt, ist im Grunde ganz einfach. Wenn eine Kreatur ohne Flanking diese Kreatur blocken muss, kriegt sie automatisch minus 1 bis 1 bis zum Ende des Zugs. Das ist schon eine starke Mechanik, aber hat in der Magic-Geschichte dann keine große Rolle mehr gespielt. Und dann haben wir zweimal den Shadow-Guild-Mage für ein schwarzes Mana 1-1. Und typischerweise können die Gilden-Mager, das war dann auch in Ravnica so, mit den jeweils verbündeten Farben, die sie als mehrfarbige Kreaturen hatten, das sind sozusagen Vorgänge der Ravnica-Guild-Mager, die meistens zweifarbig waren, wie die Gilden halt auch, mit anderen Farben zusammen synergische Effekte hervorrufen. In dem Fall ist es hier ein blaues Mana. Du kannst ein Ziel-Kreatur, den du kontrollierst, auf die Bibliothek oben zurücklegen. Damit kannst du zum Beispiel Kreaturen, die bedroht sind, retten. Aber es gibt auch noch andere Anwendungen dafür. Oder mit Rotem Mana kannst du Schaden austeilen. Und dann sind wir bei der Länderbasis und die ist schon sehr starke Crème de la Crème von dem, was damals in der Zeit möglich war. Wir haben hier dreimal das Undiscovered Paradise drin. Das ist wunderschön von David O'Connor. Auch die damaligen Kartenrahmen waren klasse. Die Box war toll, eine super Zeit. Du kannst dieses Land tappen für irgendeine Mana-Farbe. Du musst allerdings Undiscovered Paradise auf die Hand zurücknehmen. Das ist sozusagen die Downside oder der Malus, der Nachteil dieser Karte. Trotzdem ein schönes, starkes Land, das heute auch schon seinen Preis mittlerweile hat, der nicht mehr ganz so billig ist. Den Underground River, ursprünglich Ice Age, habe ich schon ein paar Mal hier auch gezeigt, gehört jetzt auch mittlerweile zu den Karten, die bei Ice Age ein bisschen teurer werden, genauso wie Sulfur Springs. Der ist hier nur zweimal drin. Der kann dir Dimir-Farben erzeugen. Der ist schon ganz cool, weil der ins Spiel kommt, ohne dass er getappt werden muss. Am Anfang direkt, also farblos Mana produzieren kann. Und danach kann er dir noch Dimir-Farben des Mana erzeugen. Das finde ich ziemlich gut. Und dann haben wir noch die Sulfur Springs hier drin. Die können dasselbe in Schwarz oder in Rot, also Raktos-Farben. Und das sind die sogenannten Painlands. Das heißt, du musst halt immer einen Schmerz hinnehmen, wenn du das Mana erzeugst. Und die sind hier tatsächlich auch schon in der anderen Optik, die Optik der fünften Edition. Wenn ich das richtig sehe, denn in der Ice Age-Zeit waren die anders von der Farbe her. Gucken wir mal kurz rein von den Bildern, nicht von der Farbe. Lass mal kurz schauen. Genauso ist es. Jawohl, fünfte Edition habe ich ja auch vorhin vorgelesen. Die Originalländer sehen einen Tick anders aus. Das habe ich zuletzt auch gezeigt. Gibt es ganz viel in der Ice Age-Playlist. Dann haben wir hier zweimal, dreimal die Gemstone-Mine. Auch die ist mittlerweile nicht mehr so günstig. Die war mal, ja, eine 5-6-Euro-Karte. Mittlerweile ein bisschen schwieriger zu kriegen. Ich weiß nicht, was sie goldrandig kostet. Aber sie kommt ursprünglich aus Weatherlight. Das ist ein Land. Das kommt in dem Fall mit drei Mining-Counters ins Spiel. Und du kannst, wenn du die tappst, einen Mining-Counter entfernen. Holst also Gemstones, also Edelsteine aus dem Boden. Und kannst dann Mana aus irgendeiner Farbe, oder von irgendeiner Farbe erzeugen. Und wenn keine Mining-Counters mit drauf sind, geht das Ding auf den Friedhof. Ist trotzdem ein sehr starkes Land. Und wird deswegen auch ordentlich gehandelt vom Preis her. Und die City of Brass in einem der berühmten Reprints. Es gibt ja mitten in der Weile eine ganze Menge Reprints aus der 8. Edition von der City of Brass. Das ist jetzt die City of Brass der 5. Edition. Die teureren Editionen sind eigentlich die Original-Optiken aus Arabian Nights. Die wurde unter anderem dann auch in Chronicles verwendet. Da seht ihr immer das gleiche Bild. Später hat man ein neues Bild verwendet. Die ist bekannt. Wenn die getappt wird, gibt es immer einen Schadenspunkt. Dafür kannst du jedes Mal irgendeine Farbe erzeugen. Mana Farbe. Das ist natürlich dann der Vorteil. Und dann haben wir die Sümpfe aus der 5. Edition. Die, das sage ich gleich, nicht zu meinen Lieblingssümpfen gehören. Ist einfach so. Ich weiß auch nicht. Ich kann nichts dafür. Habt sich einfach so in meinem Gehirn abgespeichert als Sümpfe, die ich nicht so mag. Jo. Sind jetzt auch keine dramatisch schlechten Sümpfe. Aber auch keine, die mich im Sturm erobert haben. Und dann kommen wir zum Sideboard. Machen wir erstmal die Karten hier weg. Ist auch nicht ganz vollständig. Ist nicht schlimm. Kommt vor. Will man es jetzt nicht drüber beschweren. Normalerweise sind mehr dieser Feller-Karten drin. Hier sind jetzt nur noch 5 dabei. Aber wie gesagt, ich habe dieses Deck auch wirklich sehr, sehr günstig erstehen können. Also bin ich jetzt gar nicht sauer drüber, dass das ein paar Mängel hat. Aber so ist das ja, wenn man so alte Damen kennenlernt. Die haben alle ihre Mängel. Und trotzdem sind sie liebenswert. Nicht wahr? So. Und dann kommen wir zum Sideboard. Da finden wir einmal Exile für 3 Mana. Das ist eine geile Karte. Nach der wurde übrigens auch das Exil später benannt. Und das ist das erste Mal die Verwendung des Begriffs Exile überhaupt in Magic. Und das war in Alliances. Du kannst eine nicht weiße, angreifende Kreaturen aus dem Spiel direkt entfernen. Und kriegst so viele Lebenspunkte, wie die Kreatur Toughness hatte. Ist eine starke Karte. Kann man nicht anders sagen. Ist bis vor kurzem noch eine günstige Euro-Bereich-Karte gewesen. Was sie jetzt kostet, weiß ich nicht. Sie gehört auf jeden Fall nicht zu den Karten, die auf der Alliances Chaselist ist. Wie man das modern deutsch-neusprachig sagen würde. Trotzdem, ich finde sie genial, die Karte. Dann haben wir Honorable Passage aus Visions. Auch eine super Karte für 2 Mana. Du verhinderst allen Schaden auf dich oder eine Zierkreatur aus irgendeiner Quelle. Wenn die Quelle rot ist, kriegt der Kontrolleur dieser Quelle die gleiche Menge Schaden zugeteilt, die er dir hätte zuteilen wollen. Das ist schon ein witziger Gegenschlag, den man damit austeilen kann. Vor allem ist es ein Instant. Das macht die Sache so mächtig. Dann haben wir zweimal drin Disenchant für 2 Mana. Mit Disenchant kannst du ganz klassisch Artefakt oder Verzauberung zerstören. Das ist jetzt die modernere Optik. Das Ganze gab es auch schon in der ersten Edition. Also in Alpha in einer anderen Optik. Und das ist hier die Optik von Brian Snoddy. Und wir haben den, jetzt bin ich glaube ich gerade eben an die Kamera gekommen, aber ich glaube es ist nichts passiert. Wir haben den Pyro Blast für ein rotes Mana, ein Klassiker. Counter Target Spell if it's blue und Destroy Target Permanent if it's blue. Das ist also die klassische rote Counterkarte gegen blau. Und die gibt es nochmal in blau. Die macht sozusagen dasselbe gegen rot. Die hast du deswegen auch im Sideboard, damit du guckst, wie es auf den Gegner passt. In dem Fall kannst du einen roten Spruch counteren und ein rotes Permanent zerstören. Beide Karten für ein Mana jeweils bärenstark. Halt sehr spezifisch. Und deswegen hat er es im Sideboard, dass er sich gegebenenfalls ins Deck mischen kann, wenn er den passenden Gegner hat. Super coole, super coole Karten. Dann haben wir Dystopia. Die Karte habe ich zuletzt auch besprochen in meiner Ice Age Diskussion. Für drei Mana. Ein wunderschönes Bild von Ruth Thompson. Auch das finde ich ist eine Karte, die mich total an meine Jugend erinnert. Die Karte kannten wir damals und das Bild hat uns einfach gefesselt irgendwie. Die Bilder sehen heute nicht mehr so aus. Magic sieht heute nicht mehr so aus wie damals. Auch das finde ich bedauerlich. Heute ist Magic sehr viel detailreicher und computergesteuerter. Hat eine tolle Kunst, keine Frage. Hört immer noch zu den besten, optisch besten Spielen überhaupt. Aber damals war Magic noch so individuell und sprach die Form, sprach und wirklich die Handstriche der einzelnen Künstler. Ist eine Karte, die kumulativ versorgt wird. Mit einem Lebenspunkt während der Versorgungsphase jedes Spielers muss er weiße oder grüne Permanents opfern, wenn er grüne oder weiße Permanents kontrolliert. Eine sehr, sehr starke Karte. Wenn du die nicht beseitigst, dann tut die richtig weh. Und dann haben wir noch eine geile Karte aus Mirage. Die finde ich richtig großartig. Nämlich Forsaken Wasters für zwei Mana. Auch das Bild ist geil von Kevin Walker. Eine Weltenverzauberung. Enchant World. Finde ich so cool. Die gibt es ja heute auch nicht mehr. Die liebe ich über alles. Da habe ich ja schon ein bisschen was darüber erzählt. Und dann die Coscune Falls sind ja auch eine Weltenverzauberung. Wenn du die draußen hast, kann kein Spieler Lebenspunkte bekommen. Das ist als schwarzer Spieler teilweise. Wenn du es richtig spielst, ist es gar nicht so schlecht. Wenn du selber kein Live-Gain-Deck hast, kannst du damit Weiß und damals auch Grün unterbinden, die stark mit Lebenspunkten arbeiten. Und während jeder Versorgungsphase verliert jeder Spieler einen Lebenspunkt. Und wenn Forsaken Wasters selber das Ziel irgendeines Spruchs wird, also zum Beispiel eines Removals, dann verliert der Kontrolleur auch noch fünf Lebenspunkte. Das ist schon eine sehr unterdrückende Karte. Eine Karte, die sehr stark auch im Kontrollumfeld gespielt werden kann. Und eine Karte, die den Gegner sehr bestraft für Handlungen und überhaupt für seine Existenz bestraft. Dich natürlich auch. Auch deswegen musst du schnell und aggressiv sein und möglichst viel Schaden austeilen in frühen Zügen, damit du selber nicht von deiner eigenen Karte zu viel Schaden hinnimmst. Und in so ein Deck passt die sehr schön. Die erhöht den Druck natürlich massiv und ist einfach eine super, super witzige Karte, die ich auch schon bei einem Flohmarktausflug gefunden habe. Und zu guter Letzt sehen wir die Charms. Die gab es in Mirage mehrmals. Und wir haben hier die Ebony Charm. Wunderschön für ein schwarzes Instant. Auch das ist immer stark, wenn die Sachen Instant sind. Du kannst sie jederzeit spielen. Du kannst hier in dem Fall dem Gegner Lebenspunkt abziehen oder dir einen geben. Also Train-Life-Effekt. Oder du entschfernst bis zu drei Karten aus irgendeinem Friedhof eines Spielers. Das ist natürlich super stark in bestimmten Umfeldern. Gerade wenn es so Gegner sind, die stark mit dem Friedhof interagieren. Oder eine Zielkreatur kann nicht geblockt werden in diesem Zug, außer von Artefakten oder schwarzen Kreaturen. Und das wiederum kann zum Beispiel bei dem Negratok ein richtig, richtig böses Ende geben. Wenn du dann für einen Mana den Negratok unblockbar machst, und ihn dann, indem du alle Karten aus dem Friedhof entfernst, sagen wir mal plus 10, 10 gibst und dann ist das Spiel beendet. So. Jo. Ihr lieben Freunde, was für ein herrlicher Abend. Was für ein ganz und gar herrlicher Abend. Eine halbe Stunde hat uns das ganze, dieser ganze weihevolle Akt hier gekostet. Dieses liebevolle, gemütliche und durchaus auch zärtliche Entblättern und Besprechen dieser Karten hier. Und ich hoffe, ihr hattet genauso viel Freude wie ich an diesem wundervollen, an diesem wundervollen Abend und diesem wundervollen gemeinschaftlichen Erlebnis hier, an dieser Zeitreise in das Jahr 1997, in die Zeit, in der Jakobsleber der Weltmeister war, mit diesem Deck. Und ich kann es auch nicht abwarten, dieses Deck gegen die Decks von Janusz Kühn und von Sven Gerzen zu spielen, die beide selber auch sensationell geil sind. Und jetzt habe ich immerhin schon mal drei davon. Das heißt, ein richtiger, turnierartiger Spaß kann das werden mit den richtigen Kumpels hier. Mit denen ich dann den Necratal um die Ohren haue. Und man muss sich auch die Bilder mal anschauen hier. Da seht ihr in den Säbel da unten den Totenkopf drin. Das ist so eine geile Kunst gewesen in der Zeit. Ja. Die 90er. Man wünscht sich manchmal in diese Zeit zurück. Ich hätte gerne eine Zeitmaschine. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das Gefühl. Ihr erinnert euch an die Partys, auf denen ihr wart. Und ihr denkt an die Leute, die ihr damals getroffen habt. Wie gern würdet ihr die noch mal sehen. Und im Nachhinein habt ihr die nicht mehr wieder gesehen. Und trotzdem erinnert euch heute noch an die Jahrzehnte später. Und denkt euch, ach, dem Kerl hätte ich gerne mal gesagt, dass der Abend mit ihm, die Party mit ihm wichtig war. Oder dem Mädchen hätte ich gerne mal gesagt, was für eine tolle Nacht das war, und dass ich heute noch manchmal daran zurückdenke. Solche Sachen wird man gerne mal machen. Ja, ist ja nie zu spät. Man kann ja immer noch gucken, ob man die noch mal irgendwie wischt und ihnen sagen kann, es war schön mit dir, dein Kumpel zu sein. Wollen wir mal wieder ein Bierchen trinken? Oder vielleicht geiler eine Runde Magic spielen? Ja? Die haben wir ja nicht nur gemacht, ne? Wir haben noch viel mehr gemacht als nur Magic spielen. Also Leute, danke euch fürs Zuschauen. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Es war richtig cool. Vielen, vielen Dank. Und ich freue mich schon auf die nächsten Schandtaten, die ich mit euch vorhabe. Es kommt noch mehr. Ich habe es ja gesagt. Es kommt demnächst jetzt, von hier aus gesehen, die Beatdownbox. Es kommen weitere WCD-Decks. Es kommen Decks aus Merodin. Habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Und natürlich werden wir demnächst mal auch wieder ein Set-Review machen. Es kann nur besser werden. Haltet die Ohren steif. Bleibt gesund. Bis bald. Tschüss. Tschüss.